Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Erde. Der Jurist, Politologe und Energieexperte Dr. Axel Berg war als Bundestagsabgeordneter aktiver Mitgestalter des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes des EEG. Wie steht es heute um die Energiewende in Deutschland? Wie groß ist der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland? Wie sieht die Zukunft aus? Einen fröhlichen guten Tag, ahoi und grüß Gott. Heute spreche ich über die Energiewende in Deutschland und werde versuchen, eine kleine Zwischenbilanz zu geben, ein paar beeindruckende Zahlen und ich werde euch auch sagen, wie man das Spiel lesen sollte. Das Deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz, das EEG, ist das erfolgreichste Klimaschutzinstrument der Welt. Es hat wie kein anderes Gesetz dafür gesorgt, dass der Anteil der Erneuerbaren bei uns im deutschen Stromverbrauch von 6% im Jahr 2000 auf inzwischen rund 36% gestiegen ist und damit wurde der Umbau unseres etwas fossilen Kraftwerk-Parks gefördert. An ein paar wolkenlosen und windigen Sommertagen dieses Jahr kamen wir im Stromnetz auf fast 100% erneuerbare. Diese ganze Entwicklung, die sorgte für Investitionen, für eine Wertschöpfung, für zukunftsfähige Jobs, für unglaubliche Innovationssprünge und die Reduktion von Energieimporten aus dem Ausland. Weit über 2 Millionen Deutsche arbeiten im Umweltschutz, davon rund 350.000 für erneuerbare Energien. Damit hat allein dieses EEG mehr neue Jobs geschaffen, als zu Beginn der Energiewende im Jahr 2000 im Bereich der Kohlewirtschaft überhaupt noch bestanden. Heute schaut es so aus, dass gegenüber rund 340.000 Kumpel in der Kohlebranche vom Jahr 1980 steigen heute gerade noch 30.000 in die Zeche. Die Vergütung für Photovoltaikanlagen sank seit 2004 um über 80%. Windenergieanlagen erzeugen heute neunmal so viel Strom wie in den 90er Jahren. Unsere Volkswirtschaft wurde durch diese ganze Entwicklung robuster gegen unkalkulierbar schwankende Weltmarktpreise für fossile Energieträger und geopolitisch immer instabiler werdende Regionen. Und dieses EEG-System mit administrativ festgelegten Einspeisevergütungen hat einen neuen und wachsenden Markt geschaffen, der zu einem intensiven globalen Wettbewerb zwischen den Anlagenherstellern auf der einen Seite und den Projektieren führte. Der Wettbewerb entstand aus der hohen Investitionssicherheit über 20 Jahre, die im EEG festgelegt war. Heute ist die Stromproduktion aus erneuerbaren Anlagen kostengünstiger als die mit neuen konventionellen Kraftwerken. Es ist also idiotisch sich heute noch ein konventionelles Kohle- oder Atomkraftwerk hinzustellen. In vielleicht zehn Jahren, wahrscheinlich sogar noch früher, wird Onshore, Landwind oder werden Photovoltaik-Freiflächenanlagen billiger Strom produzieren können als bereits abgeschriebene alte Kohlekraftwerke. Deswegen denke ich, der archimedische Punkt der Energiewende, der Point of No Return, der historische, der ist jetzt erreicht. Doch trotz dieser Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren in unserem Strombereich ist der Anteil der Erneuerbaren im Gesamtenergieverbrauch in Deutschland gerade mal bei 15 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss 85 Prozent der bei uns verbrauchten Energie kommen weiterhin aus Atomkraft, Kohle, Gas und Öl. Bisher sind wir Deutsche also nur in Sachen Strom richtig gut. Über 90 Prozent unserer Heizungen und unserer Klimaanlagen verfeuern immer noch fossil. Und fast alle Autos haben immer noch ineffiziente und teure Verbrennungsstinkmotoren drin. Die Bundesregierung will bis in vier Jahren eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent hinkriegen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich da aber fast nichts getan. Die Bundesregierung hält sich beispielsweise nicht mal an ihre eigene Effizienzstrategie im Gebäudebestand und zelebriert gerade eine Renaissance der Kohle. Die einst diskutierten Pläne, bis 2030 überwiegend Elektroautos auf die Straße zu bringen, wurden wieder eingestampft. Ist ja auch irgendwie konsequent, wenn man nicht mal die skandalös hohen Emissionen im Dieselskandal irgendwie zum Anlass nimmt, endlich mal zu handeln von Regierungsseite aus. Aber handeln gegen die heiligen deutschen Großkonzerne fällt jeder Regierung schwer. Seit der ersten Hälfte des Jahres 2016 ist der Ausbau der Erneuerbaren in den Bereichen Wärme und Verkehr von Mikroniveau davor komplett zum Erliegen gekommen. Ich zitiere aus dem jüngsten Energiewendeindex, den McKinsey alle halbe Jahre macht. Und damit misst McKinsey, wie weit die Bundesregierung mit der Erfüllung ihrer eigenen Ziele gekommen ist. Das heißt noch lange nicht, dass damit Energiewende erfüllt ist, sondern McKinsey prüft nur, wie weit sind die Ziele der Bundesregierung selbst erreicht. Ich zitiere, zentrale Indikatoren driften auseinander und steuern auf gegenläufige Extreme zu. Die Schere zwischen unrealistischer Zielerreichung und Übererfüllung wird größer. Ich will mit ein paar Zahlen belegen, was damit gemeint ist. Beim Offshore-Windausbau in der Nordsee sind wir knapp 170 Prozent überplan, also weit über dem eigenen Zielwert. Gleichzeitig wurde der Photovoltaikausbau weitgehend eingebremst. Neu geschaffene Arbeitsplätze haben wir auch, und zwar sogar 45.000 Arbeitsplätze wurden neu geschaffen in stromintensiven Betrieben. Das Regierungsziel der Arbeitsplatzsicherung in der Schwerindustrie ist damit um über 20 Prozent übertroffen worden. Der Primärenergieverbrauch ist auch gestiegen, erneut gestiegen in Deutschland. Also das ist der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas von den Primärrohstoffen. Obwohl doch eigentlich alle einsparen wollten. Der vorgesehene Zielwert ist zu weniger als der Hälfte erreicht. Die Haushaltsstrompreise in Deutschland bewegen sich inzwischen bei 42 Prozent über dem europäischen Durchschnitt. Dann haben wir den verzögerten Ausbau der Transportnetze. In der Zeitung liest man es immer wieder. Plötzlich soll der weitgehend kontraproduktive Ausbau dieses Hochspannungsnetzes noch mal viel teurer werden als eh schon gedacht. Auch das verzögert und verteuert den Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energien und wird uns in Bayern, ich bin Münchner, vermutlich dafür eine neue Atomkraftwerklaufzeitverlängerung bringen. Schätze ich, fürchte ich. Was soll der ganze Schmamm? Eine dezentrale Energiewende benötigt diesen überzogenen Übertragungsnetzausbau nicht und ist wesentlich kostengünstiger. Versorgungssicherheit. Ziel, Versorgungssicherheit heißt Blackouts. Wir Deutsche sind Weltmeister. Unser Ziel, unser politisches Ziel sind nicht mehr als 17 Minuten Blackouts zu haben im Jahr in Deutschland. Der Status sind gerade mal zwölf Minuten. Die Erneuerbaren tragen also zur Systemstabilisierung bei und gefährden das System nicht, wie so oft von unseren Gegnern behauptet wird. Trotzdem haben wir einen nochmaligen Anstieg der gesicherten Reservemarge. Die Indikatorenerreichung für Kapazitätsreserven in deutschen Kohlekraftwerken steigt nochmals von bisher 238% auf inzwischen 292%. Also dreimal mehr Kohlereserven werden vorgehalten, als die bürgerenergiefeindlich gesonnene Bundesregierung selbst angestrebt hat. Der Hammer kommt aber erst noch. Es ist unglaublich, aber wahr. Trotz alledem wurde jetzt gerade die Kapazitätsreserve genehmigt. Seit Oktober 2016 bekommt das Braunkohlekraftwerk Buschhaus vier Jahre lang Geld für ein Kraftwerk, das bereits stillgelegt wurde. Der eigene Tagebau ist ausgekohlt, schon länger. Und der Transport von neuer Braunkohle aus der Lausitz, der rentiert sich überhaupt nicht. Das ist jetzt prima für den Eigentümer dieses EPH, diesen tschechischen Konzern, der nach der MIPRAG inzwischen jetzt auch die Wattenfallkohle schluckt. Jetzt bekommt dieser Konzern doch Geld vom Stromverbraucher für eine Ruine. Sieben weitere Kraftwerksruinen werden noch folgen. Macht für die Verbraucher schlappe 1,6 Milliarden Euro, die dann natürlich auch wieder bei der Energiewende fehlen. Diese immer neuen Hilfen, diese Deformen zugunsten der Energie- und Automobilkonzerne, das hat nicht erst mit der aktuellen Bundesregierung begonnen. Autokanzler waren eigentlich alle unserer Staatschefs. Und die Bundesregierung seit 2009 haben zum Beispiel durch die massive Ausweitung der Industrierabatte, wo durch die EEG-Umlage deutlich angestiegen ist oder durch die Verbreitung dieses absurden Kostensprechs, so wurde gezielt und desinformierend daran gearbeitet, dem EEG und der ganzen Energiewende die breite Zustimmung in der Bevölkerung zu entziehen. Während sich die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland hiervon überhaupt nicht hat beeindrucken lassen und weiterhin für den zügigen Ausbau der Erneuerbaren eintritt, haben etliche Medien und unsere eigene Regierung das Ausbremsen der Energiewende von langer Hand eingeleitet und durchgezogen. Im Sommer diesen Jahres wurden im Strombereich Ausschreibungen und ein weiter verschärftes Regime von planwirtschaftlichen Korridoren und Deckeln eingeführt, um die Kohle letztlich noch mehr vor Wettbewerb zu verschonen. Damit wurde die Investitionssicherheit für Erneuerbare zerstört. Die genossenschaftlichen, die mittelständischen und die kommunalen Investoren, deren Investment in erneuerbare Energien die Energiewende erst ermöglicht hat, genau die aber, die waren das Kapital der dezentralen Energiewende, die waren ihr Rückgrat. Durch deren Investment wurden die Erzeugungskosten bei den erneuerbaren Energien dank der Degression der Einspeisetarife, wie es ja von Anfang an vorgesehen war, durch diese kleinen Krauter wurden die Kosten immer weiter und weit über die Prognosen fast aller Energieökonomen hinaus gesenkt. Jetzt macht die Regierung das schmutzige Geschäft der Konzerne noch ein wenig lukrativer, beziehungsweise hält es noch ein wenig länger lukrativ. Zum typischen Konzerngeschäft gehört übrigens durchaus auch Windkraft, sofern sie weit draußen im Meer stattfindet, wo es weit und breit keinen Verbrauch gibt. Offshore verdoppelt die Erzeugungskosten des Stroms gegenüber Landwind, Windkraftstrom, verdoppelt, ja, und Übertragungskabel, die man bei einer Produktion nah am Verbrauch überhaupt nicht erst braucht, die sind da noch gar nicht einberechnet. Also, was tut die Bundesregierung? Last Exit, Klimaschutzplan 2050. Die Umweltministerin Barbara Hendricks hat da ganz gute Ziele aufgestellt, um die Pariser Ziele doch noch irgendwie im Visier zu behalten. Doch der Klimaschutzplan, jedenfalls der Entwurf, wurde bei der Ressortabstimmung in den Ministerien vom Kanzleramt und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie so zurechtgestutzt, dass fast nichts mehr davon übrig geblieben ist. Und damit wird eine weitere Chance auf Modernisierung unserer deutschen Wirtschaft vertan. Es ist schlimmer noch, denke ich. Deutschland verliert langsam seine internationale Glaubwürdigkeit. Wie viele Säue wollen die eigentlich noch durch unser Dorf treiben? So werden die anvisierten Klimaziele sicher nicht zu erreichen sein. Um Paris zu schaffen, muss es dringend einen Kohleausstieg geben. Genauso eine Wärmewende und eine nachhaltige Verkehrswende. Und einen Ausstieg vom Ausstieg beim erneuerbaren Strom. Dazu müssen wir jetzt die Ziele festlegen. Es braucht einen dauerhaften Fahrplan und es braucht politische Unterstützung. 85 Prozent der Dekarbonisierung in Deutschland liegen noch vor uns. Die Technik ist da. Billiger als das alte, zentral, fossil, atomare, nukleare Energiesystem wird es auch. Nur der politische Wille fehlt. Habe die Ehre. 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 Habe die Ehre.